Da sind wir wieder. Es ist Tag 10 schon. Und jetzt sind wir wieder so richtig glücklich. Das ist das Schöne daran. Wir haben uns hier wieder total gefunden. Der Herr Kahl, das muss man sagen, und das ist auch gut so gewesen, weil natürlich verdreckt hier alles. Und der Herr Kahl zeigt es mir, was das heute gemacht hat. Er hat so richtig schön die Wohnung geputzt. Wir hatten da oben, hatten wir überall Spindeln, auch da unten im Recht. Das war schrecklich. Und ich bin ganz froh da, dass das gemacht hat. Ich habe übrigens heute in meinem Schrank noch was Rotes gefunden. Ist ja gar nicht so einfach. Man denkt ja so, man hat so viel Rot. Stimmt ja gar nicht jetzt, wo mir das so gut steht. Und das Wetter ist ja heute auch wirklich, das muss man sagen, es ist nach wie vor ganz toll draus. Wir freuen uns da einfach. Ja. Ist alles gut mit dir? Ist alles gut? Du hast da was. Ja. 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 Ja.